Der Kopf ist gegen unsere Wanne geknallt. Guck dir mal den Brunker an, wie der ist oben. Wir nehmen das Atelier bei hier hinter dem Wettbewerb scheinen LKW. Kannst du da zwischendurch schießen. Kann noch ein bisschen weg sein drehen. Oh, scheiße, ich war zu links. Ja, wurde zerstört, wurde zerstört, können schnell bleiben. Das war knapp. Steig wieder aus, soll man reparieren? Ich steig aus. Wegen hinter der Mauer. Bei 55 hinter der Mauer, links. Hau sie weg. Und weiter hinten auch. Im Rahmen bei 58. Wir haben einen Truck bei 120. Jo, ich drehe drauf ein, mach 12, lass 12. Ja, ist Fisch gefahren, ich glaube der ist rausgeschossen. Wenn du die nächsten Gäste schießen. Oh, scheiße. Stört vor uns! Stört vor uns! Ja, umher inz. Können wir ihm nicht besten zu schießen? Ähh, wir warten kurz bis wir hinter ihm sind. Wir fahren dem jetzt hinterher. Jetzt kannst du. Wenn du Schuss willst, erschießen. Wir fahren hinter ihm. Da hinten ist ein Greyhound. Der kommt, beschießen wir, beschießen einen Greyhound her Ich weiß nicht ob der eins ist Einfach so stehen bleiben Hier ist der Trumpf, ein Greyhound Was ist das, wo trifft der uns? Greyhound ist geplatzt Geh mal die Wanne frontal auf ihn ausrichten, mal leicht drehen Wir brauchen jetzt mal Anti-Tank-Leute hier Der trifft aber irgendwas Ja, die Ketten zerschießen uns auf Jaja, genau Einmal ist aber durchgekommen, das wandert mich so ein bisschen, warum Putz-Situation Ja genau, wir brauchen einen AT Ja, schieß mal Zeug mit Maschine Ja, schieß mal Zeug mit Maschine Ich muss die Gesicht nehmen Ja Also das müsste gleich hier rum Ja, ja Nach links drehen, vielleicht Die Wanne Ja 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 Ja, ist sehr gut Wir brauchen jedenfalls, wir auch noch an uns zu ran Schlecht Ja Ja, aber es ist sehr gut, schieß, versuch ihn mal Ja Oh nein Der Turm ist im Arsch Der Turm ist komplett durch Mit dran Ok Etwas Jap Damit ihr auch rausrund trying Der Turm ist im Arsch Der Turm ist bis zur Arbeit нем Der Turm kann überall Euch nicht Was Owen Aus Ja, gib ihm. Was ist der Kling? Jo. Wir haben gewonnen. Ich fahr mal weg, wohin, wo es sicher ist. Dankeschön. Dankeschön.